Das hält nicht gern an, dass die Steuhe vorbeistellen ist. Das finden wir auch noch nicht. Wie ist denn das denn von der anderen Seite? Jetzt kommt die Haare runter. Ich wollte heute Mittagern haben, dass die Haare runterkommen. Jetzt liegen aber die Weingräser. Das ist jetzt nicht los. Oh, da kann sie gerade so. Jawohl, das kommt von Sägerloch, die ganze Straße. Jetzt, die ganzen Papier in der Stiebe, der ist was sie nicht tun. Die haben ja erst gestern gesagt, die kommt von heute. Jawohl. Ich gehe nicht. Immer drauf, auf die Kulé. Jawohl. Danke.